Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der RE-MAX News und das ist unser erstes Thema. Die Erwartungen in den Immobilienmarkt im Jahr 2020 sind unverändert positiv. Abermals sagt der RE-MAX Immobilienzukunftsindex, kurz REFIX, für das aktuelle Jahr ein minimal steigendes Immobilienangebot, eine leicht steigende Nachfrage und moderat steigende Preise in Österreich voraus. Der RE-MAX Real Estate Future Index ist die Summe der Expertenmeinungen von rund 560 Immobilienexperten in ganz Österreich. Er prognostiziert für 2020 ein moderates Wachstum bei Angebot und Nachfrage, aber geringer als im Vorjahr. Dabei soll es nach wie vor einen Nachfrageüberhang geben, das heißt die Nachfrage nach Immobilien steigt weiterhin stärker als das Angebot. Bei Baugrundstücken herrscht unveränderter Nachfrage hoch, gefolgt von Einfamilienhäusern bzw. Eigentumswohnungen in zentralen Lagen. Somit wird für Baugrundstücke und Wohnimmobilien mit tendenziell leicht steigenden Preisen gerechnet. Die Kosten für die eigenen vier Wände spielen laut einer RE-MAX-Studie auch im Alter eine bedeutende Rolle. Der Antritt der Pension bedeutet ein geringeres Nettohaushaltsbudget und somit kann die Erhaltung großer Häuser oder Wohnungen im Alter manchmal zu einer Belastung werden. Rund die Hälfte aller Österreicherinnen und Österreicher, exakt 48 Prozent, wollen nach der RE-MAX-Studie Wohnen in allen Facetten im Alter gerne in den gewohnten vier Wänden bleiben. An zweiter Stelle bei den Wohnpräferenzen steht mit 23 Prozent das betreute Wohnen. Eine interessante Lösung für Eigentümer im Alter kann auch eine sogenannte Sale-and-Lease-Back-Methode sein. Dabei verkauft man seine Immobilie, bleibt aber darin wohnen, mit dem Ziel, sein liquides Vermögen zu erhöhen. Zusätzlich zu dieser klassischen Methode können auch Varianten mit grundbücherlich verbrieften Wohnrecht oder einer Leibrente gewählt werden. Auch für die Käufer ergeben sich dabei wesentliche Vorteile, da der Verkäufer vermutlich an einem langfristigen Wohnverhältnis interessiert ist und sein ehemaliges Eigentum auch in Zukunft pfleglich behandeln wird. Häufige Mieterwechsel und eine unsichere Zahlungsmoral sind somit beinahe auszuschließen. Haben Sie beim Einkaufen schon einmal daran gedacht, dass die Handelsflächen in Österreich seit Jahren rückläufig sind? Trotz Online-Handel und Internet-Shopping wurde dieser Trend jetzt aber erstmals gestoppt. Laut aktuellen Zahlen der KMU-Forschung Austria hat sich die Zahl der Verkaufsflächen erstmals seit 2013 im Jahr 2018 in Österreich leicht erhöht, nämlich von 13,7 Millionen auf 13,8 Millionen Quadratmeter. Trotzdem hat sich die Gesamtverkaufsfläche in Österreich in den Jahren seit 2013 um rund 650.000 Quadratmeter reduziert. Das entspricht in etwa der vierfachen Verkaufsfläche der Maria-Hilfer-Straße in Wien. Bei den Gewerbeimmobilien-Experten von Remax geht man davon aus, dass sich diese Zahl aktuell nicht maßgeblich nach unten verändern wird, da gerade die Branchen Sportartikel, Lebensmittelhandel und Drogerie nach wie vor auf Expansionskurs getrimmt sind. Davon unabhängig liegt bei der Verkaufsfläche pro Einwohner Österreich nach wie vor auf einer Top-Platzierung. So stehen im EU-Durchschnitt laut GfK Geomarketing ca. 1,18 Quadratmeter pro Einwohner zur Verfügung. In Österreich beträgt dieser Wert aktuell ca. 1,6 Quadratmeter pro Einwohner. Nur Belgien und Niederlande liegen in diesem Ranking noch vor Österreich. Das war die aktuelle Ausgabe der Remax News. Schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.